Hier ist Naruto-Nusa86, jetzt willkommen zu Assassin's Creed Odyssey zu Part 406, das vorher war 405, aber das stimmt ja sowieso nicht, das bleibt ja sowas, so dann, ähm... Ding dann so eingetragen und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, so. Dann hau dich mal ab hier, Herr Exxon! Oh ja, interessant wird's richtig, ich glaub mir das. Interessant wird's schon, klar. Mach schon mal einen Abflug da hinten rein, Alter. Komm mal her, mein Freund. Ach wirklich, hier komm ich nicht. Da nochmal... Abflug hier. Ciao. Ja, wohl, du musst nicht da rein, die Dornen rein, das ist gut. Hm, weg ist das Freundchen. Hm. Und... Ciao. Und weg mit dir, drängiger Hund. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Hm, Alter. Ja! Nutz doch deine Fähigkeit, Alter! Mach hier nicht so ein... Brauch hier nicht so lang, Alter. Ja. Weg. Naja, komm. Und... Tschüss. Okay. Lass mich mal nicht und... Ich mach auch schon mal einen Abflug weg mit dir, komm. Guck mal. Ey, du kommst schon mal weg. Geh es, Alter. Er ist tot. Ciao. Vierte Welle. Ah, schön. Ihr könnt alle mal einen Abflug machen hier. Ihr braucht hier erstmal... Geht, anfangen hier mit sowas. Ciao. Ach, ja. Kommt mal alle her, Freunde der Nacht. Kommt mal ruhig alle her. Versammelt euch alle mal. Genau so. Und... Ja, es darf nicht passieren, aber es passiert auch so. Guck. Ja. Ja. Das war ja neben der Schlafe. Kommt mal her, Freunde der Nacht. Kommt mal einfach alle hier her. Und... Ihr dürft mal da vorne in die Stacheln fliegen. Erledigt. Ja. Weg mit dir. Komm. Hau ab. Weg. Na. So eine kleine kleine kurbelianische Kuchen-Träger. Dann kommt mal her. Ja, du da rein. Ha. Und... Mach'n Abflug weiter. Mach'n Abflug weiter. Hm. So. Und das beende ich jetzt hier mit schnell bei ihm. Komm. Weg. So. Mach'n Abflug. Ach. Mach'n. Ach'n. Wo ist die Hände? Oh, hinter mir. Oh. Ach. Oh. Jetzt! na also Oho, hier hinter mir steht er und ich schieb die ganze Zeit hier ins Eckart, da bin ich bescheuert. Oho, wo kommt Hardis jetzt? Madame Hardis? Ach, da hinten Hardis. Jetzt hampelt er doch mal nicht rum hier. Und das war's. Ciao. Und Sieg. Immer diese blöde Rumhamblerei hier. Was geht denn hier? Hm. Das ist doch nicht wahr hier jetzt. Zudem ich noch nicht ganz viel kommentiert habe gerade eben, aber wirklich. Ich muss mich jetzt wirklich mal ein bisschen konzentrieren auf diese Heinis. Willst du kämpfen? Ja. Hm. Ach, den noch. Mann. Mal gucken, was passiert, wenn man, mal gucken, was passiert, wenn man das alles abschließt. Ob da noch welche Arena-Kämpfe kommen oder fertig. Ich hoffe, fertig. Hm. Hm. Ihr, wie ihr euer Leben restieren werdet, das Publikum grüßt euch! Hm. Hm. Ja. Aus geht's. Aus geht's. Hm. Hm. Joa, wollt mal fliegen gehen, dann geht mal schon fliegen. Ja, ja, klar. So. Oh, ich mach mal einen Abflug. Mach mal alle einen Abflug hier. Ja, ja, schön für euch. Ja. Und... Unser Freund da hinten noch. Kannst du liegen, wenn du brauchst, dass man gar nicht aufstehen hier darf. So. Und weg. Kelle 2. Kannst du mal da hinten hin. Kannst du schon mal da hinten hinlegen? Wow, 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 wow. Das geht jetzt nicht. Einmal jetzt nicht übertreiben hier. Und... Dann hol ich euch jetzt noch kurz den Speer weg hier. Lass mich doch mal ausweichen, Alter! Ja. Ich geh drinnen zur Zeit aufs Ausweichen hier und dann... Ist halt hier so ein Mist hier. So, geh mal da hinten fliegen. Weg. Und... Tschau. Weg mit euch, komm. Hm. Wie viel von euch gibt's noch? Ach, nur du! Hätte ich jetzt nicht gedacht, mein Freund. Und... Tschau. Hörter 3. Wann so lieg ich... Mach ich das grade nicht hier... Hallo? Ach, Leute. Lasst mich doch mal in Ruhe hier jetzt. Du kannst mal dein Chip dann schon hierher... Brav hergeben hier. Und... Und alle mal schön braven Abflug machen hier. Das ist gar nicht Anfang hier. Ich weiß erst gar nicht Anfang hier, mein Freund. Und... Tschau. Und... Weg. Ja. Weg. Und... Weg mit dir, komm. Tschau. Junge. Du kannst jetzt von deinem Schild hergeben. Du brauchst dir jetzt gar nicht mehr ankommen mit dem Schild. Und... Dann fliegt die erstmal alle schön weg hier. Na, warte vorhin. Du brauchst das Konditionen kommen. Weg mit abfliegen, dann fliegt doch mal schön hier. Ja. Ja. Ja, ja. Hm. Und... Machen wir schon einen Abflug hier. Miridorm. Pass auf. gleich an. Und... Abflug. Gott sei Dank hier hat's gerade gemerkt. Moment, jetzt haut mal ab hier, ich werde gar nichts, na also, ach dann hat er ein Schild Ja, gib mal her dein Schild, Alter Nur Mut, ja, es reicht nur Mut und mach einen Abflug, Alter Weg Jetzt bin ich hier rein Weg mit dir Wo bist denn du? Da hast du recht, jetzt reicht es aber wirklich, hier Okay Schön, gell? Alter, Junge Übertreib mal nicht Scheiße, es brennt Ja, Junge, weich doch aus, Alter, was machst du für ein Blödsinn, Alter, weich doch aus, Alter Scheiße, es brennt Das war's mit deinem Schlag, Alter, du kannst aufhören jetzt Und nochmal Sieg Ich brauche gar nicht mehr angreifen hier, was soll der Blödsinn So Dann bekomme ich hier bald mein nächstes Level Oh mein Gott, wie in die Trottel mir auf die Nerven gerade hier mit Willst du kämpfen? Natürlich will ich kämpfen Oh Gott, Alter, was gibt's denn denn noch jetzt? Wenn ich den jetzt schon habe, gibt's noch Und den mysterischen Gegner noch So, machen wir die noch alle So Ja, schön Probier's doch Euch mach ich fertig Ja, komm, hau ab Ja Ja Ernsthaft? Oh, Alter Ich kann das mal richtig hier Oh ja Back Oh, was ist das los? Nein, 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 nein. Noch einen Abflug. Ja, ja, du willst mich vernichten. Nichts da, nichts da. Nichts ist hier mit vernichten. Perfekt. Mach mal einen Abflug hier. Ja, warte, Freunde danach. Ja, ja, Waffen entzünden, super. Dann noch einen Abflug. Mhm, 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 mhm. Ja, ja, sehr gut, sehr schön. Okay. Und weg. Mach einen Abflug hier jetzt. Okay. Und... ...back hier. Weg. Mach doch mal einen Abflug hier. Weg. Nix da. Und... ...nach ein Abflug. Genau. Hä? Wär schon wieder. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Das reinzessionste. nem Toh. Diejenzung. Ja. 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 Hm. Ach, Mann. Weg. Wieso noch den Drecksbären hier? Okay. Mhm. Tschau. So, dann werde ich jetzt auch hier den Part wieder... So.